Na, wer kennt den Helm noch aus meinem Video? Da haben viele drüber gelacht. Ich fand das auch gut. Na ja, schön schön. Blau ist ja sowieso meine Lieblingsfarbe. Mensch. Ihr seht, ihr habt es gesehen, meine Wand. Mein Büro wird natürlich neu gemacht. Ich habe ja da kurz schon mal ein Video zugedreht. Und die Wand wird für meine Fans fertig gemacht. Das heißt, da kommt die Fanpost dran. Fotos, Bilder, Grüße, Wünsche. Also, wie gesagt, schreibt mir ruhig. Die nächste Fanpost ist ja unterwegs, so wie ich gelesen habe. Ich freue mich immer. Bin echt stolz und glücklich, euch zu haben. Und ihr hört dann natürlich über mein Büro hier noch was. Ich habe gesagt, das ist in der Anfangsphase. Und dann schauen wir mal. Jetzt sage ich schön. Bis bald. Untertitelung des ZDF, 2020